Wir berichten live aus Hattengarden, London, wo es einen Banküberfall gegeben hat. Es ist der größte Überfall der britischen Geschichte. Offensichtlich waren sie äußerst intelligent und extrem kräftig. Ken. Ken. Was? Der ist taub wie eine Nutz. Ich habe mehr Gold zu Geld gemacht, als all die namhaften Zugräuber zusammengenommen. Aber Hattengarden, das ist ein Job für die Allerbesten. Er sind die Besten. Alles klar, Junge? Wenn wir diesen Aufzug zum Stehen bringen können, geht's über den Schacht nach unten und der Tresorraum gehört uns. Was hätten wir? Herr Gott, nochmal. Dreh mich, dreh mich. Das war's. Und dass ihr ja nichts futtert, während ihr da drin seid. Das problematische Angold sind die Auswirkungen auf den Menschen. Das macht sie ganz verrückt. Die Juwelen sind wahrscheinlich längst außer Landes gebracht worden. Es sei denn, sie sind absolute Vollidioten. Dieser Knallkopf hat. Wenn es ein schwaches Glied in der Kette gibt, dann Brian. Brian und Kenny. Ja. Und Billy. Nur wegen denen ist alles im Arsch. Ist das wirklich alles? Du verfluchter kleiner Verbrecher. Dazu sind wir doch gar nicht fähig. Auf ist er allein schon ein Körper liegt. Der Blinde erklärt dem Tauben die Farben. Meint ihr, er ist tot? Wir verdrücken uns und lassen ihn blechen. Weid nochmal. Tief heute drin.